Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower. Herzlich Willkommen zu Abschuss Bestätigt oder besser gesagt, herzlich Willkommen zu Nut Commander nach der sehr, sehr nicen, nicen Runde. Oh, what the fuck, jetzt gibt mal wieder Drone? Ja, die Map ist für einen Loadstar richtig scheiße. Ja, ach ne, weil das alles im Haus stattfindet, das gesamte Gewinn. Für Blitzschlag auch. Die einzige Killstreak, die halbwegs für die Map geeignet hat, die ich dabei habe, ist der Orbi. Ja, Orbi ist auf jeder Map gut. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ja vorher, ähm, ich habe ja vorher immer gespielt, ähm, wenn ich auf Loadstar gegangen bin, habe ich ja gespielt, Blitzschlag, Tarnhelie, Loadstar. Es ist mit dem V-Set so viel einfacher ein Loadstar zu bekommen. Was zum Teufel ist ein V-Set? Orbital V-Set. Ach so. Ja, ich habe es ja bei mir auf Englisch umgestellt. Alter, der, der Teammate buckt bei mir drinnen gerade rum? Oder ist bei mir drinnen rumgepackt? Oh, Scheiß! Ich habe den Gegner nicht gesehen. It's a sniper. Ich lauf mit ballistischem Messer. Oh, ich hätte es doch weiter tun sollen. Was hat, was spielt der denn? The fuck, der spielt gerade mal zwei Perks. Kann man machen. Alter. Das war einfach eine geile Sentence. Nein! Ich hätte den Ballisten können, also... Knife. Lauf ins Haus, lauf ins Haus. Hinter mir spawnen sie gleich. Da steht eine Escort-Drohne. Darf ich die lenken? Alter! Also langsam geht der Sack mir auf den Kerl. Boah! Der Sack mir auf den Kerl. Fast. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Damit ich auch mal einmal mit dieser Waffe schieße. Hey, ich habe sogar mal einen Gegner getötet mit der. Irgendwie ist auf der Map so... PDW nicht so geil. Wobei, es geht irgendwie eigentlich. Was? Nein! Ich war kurz vor Drohne. Aber im Moment hat feindlicher Tarnhelikopter. Da fuck. Das sehe ich nicht ein. Ja, dann geier, los. Ich geier jetzt nicht. Ach, das war der... Das war der Lappen mit seiner Sword. Ich bin ja eigentlich... LOL. Ja, LMG Target Finder. Ich habe Skill. Und ja, den Akzent muss man so machen. Alter, die M8 ist so geil. Ja, die M8 ist nicht schlecht. Alter! Will der auch mal mehr als nur angehettet werden? Na, ist Teamkameraden bestätigt? Ah, er ist tot. Oder auch nicht. Jetzt ist er tot. Wieso zählt mein Assist nicht mehr? Oh. Schmoll. Nein! Lololol! Von hinten kam er mit seiner LMG. Von hinten kam er mit seiner LMG. Von hinten kam er mit seiner LMG. Die Map ist so scheiße. Ich finde es ganz okay. Ich finde es so scheiße. Headshot, bitch. Da campen sie mit LMG Target Finder. Jawoll! Lolololol! Hä? Was anderem getötet. Ghost. Ghost Lappen. Ach, das ist so die unsere. Dies ist die unsere Schockladung. Alter, wie so... Ich spiel... Ich spiel als Secondary. Ach so, mhm. Dann ist es in Ordnung, dass sie drei Meter neben mir spawnen. Das kann ich natürlich verstehen. Wow, alter. Ähm... Ballistisches Messer... Ist ganz normal schießen, oder? Nur so. Was? Ballistisches Messer? Also wenn ich das ballistische Messer habe und schieße, dann haut das Messer raus. Ja. Sehr gut. MQ27 Dragonfire eingesetzt. Wie es diese Namen sind, ey. E... MQ27. WTF? Sag doch einfach Dragonfire Punkt. Wow, alter. Oh, natürlich kam er von hinten. Aber er hatte wieder Ghosts. Dementsprechend konnte ich ihn mal wieder nicht sehen. Den Kackpratzen. Lol, ich habe mit einer Assault Rifle im Nahkampf gegen eine Remington gewonnen. Hast du meine M8 aufgehoben, oder spielst du gerade selber, Heidi? Ich spiele selber M8. Mit? Ähm... Fastback, Quickdraw, Select Fire. Ah, okay, Select Fire, das ist natürlich geil. Quickdraw? Wieso schnell ziehen? Hm? Oh, fuck! Oh, ich habe gerade draufgehalten wie auf einer Vollauto. Ich fick nichts hin auf der Map, ey. Scheiße. Wow! In der Vorräte unterwegs. Hä? Warum schießt sie jetzt wieder nur Burst? Was für ein unnötiger Death. He aimbots. Ach scheiße, ich habe hier... Falsch, er kämpft. Wir haben die Concorde übernommen. Ich hasse diese Map. Ja, von hinten. Jawohl. Schauen wir mal schnell, die Remington ist Secondary. Hinter dir, hinter dir. Nein! Hahaha. Remington gegen Sprayer. Mal gucken. Am Ende hat der Sprayer gewonnen. Camper. Der Abschluss bestätigt. Ach, der hat mit einer Remington gecampt. Oh Gott. Ich schaue hin, ich schaue hin, ich schaue hin. Ich schaue weg, tot. Was? Ich kann ihn nicht töten, aber er tötet mich mit seiner scheiß DSR50 oder was? Ja. Niemals! Was habe ich hier gesehen? Oh! LMG Target Finder. LOL! Nee, der muss nicht töten aus nächster Nähe mit der M8. Nein! Ich gebe ihm Burst mit der M8. Direkt aus nächster Nähe. Ein, drei Burst. Vier Burst, die M8 ist vier Burst. Ja, und wieso tötet manche dann jetzt... Oh! Oh! The fuck! Wieso... Wieso begegne ich immer? Immer an dieser Stelle. Komm, ich will jemanden mit einem ballistischen Messer töten. Beziehungsweise Ballistic Knife. Ballistisches Messer klingt eigentlich echt scheiße. So, Pumpe jetzt noch dabei. Sehr geil. LOL! Da ist ein Geschütz. Fuck! Ja, spiele ich jetzt halt eine M8. Spaten. Die Drohne nähert sich. FHG. Meiner. Hä? Hä? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Die Türen sind zwar schussdicht, aber er schießt trotzdem einfach durch. LOL! Nicht schon wieder dieser Ghost-Lappen. Das kann doch nicht sein. Er schießt mich durch was, was kugelsicher ist. Ja! Er hat Vollmantel. Er darf das. LOL. Headshot. Ich bin übrigens neben dir, ne? LOL! LOL! Fuck off! Punch! Ja! Zwei Hits, ich bin tot. What the fuck? Ah, N. Ah, N. Herzlich willkommen in 3. Herzlich willkommen in Black Ops 2. Ach, da oben ist ja alles geschützt. Alter. LOL! Wie kommen die schon wieder hinter mich? Ach, weil er da gespawnt wird. Ja, best'n Dank. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Weißt du, da wär's mir ja sogar lieber, wenn sie einführen würden. Ähm, es sind gerade keine freien Spawns zur Verfügung. Das wär mir so viel lieber, wenn sie das sagen. Der Abschluss besteht nicht. Wo holen sie da? Ach, Mann. Ich will da jetzt nicht durchrennen. Hier, Bipu! Wo zum Teufel ist der? Wo zum Teufel ist der? Da kommt gleich einer. Da kommen noch viel mehr. Ooooooh! Scheiße! Fuck! Nein! Scheiße! Ich bin negativ! Ich bin negativ! Nein, nein, nein! Ich brauch drei Kills! Komm, stell dich mal zu dritt in der Reihe auf, bitte! Okay, das ist einer. Ne, Multimark ist mir jetzt egal. Zwei! Nein! Nein! Das ist doch nicht zu fassen. Das wär mein dritter gewesen, dann wär ich positiv. Nein! Oh, ich wollt den letzten ganz geskillt machen. Shit! Ist zu schade! Fuck! So eine Scheiß-Map! Was hab ich überhaupt? 24 zu kürzen? Sag ich doch! Scheiß-Map! Alter, die M8 auf Vollauto zu haben, das wär doch geil. Geht. Am8 mit Griff und Vollauto. Das ist doch dann ungefähr Type-Niveau. Alter, ich hatte die Remington gar nicht dabei. Ich hab nur einen Kill mit ihr gemacht und hab jetzt einen langen Lauf für die. Reinen Reflex dazu. Da noch einen Punkt drauf. Und... Was haben wir denn noch gespielt? Dester, da haben wir... Was haben wir denn da jetzt zur Verfügung? Einen Reflex. Ne, ich mag das, wie sie eigentlich sogar. Die Hooktaun. Oh Gott. Ja. Lass dir die Hucke versohlen, Taun, wohl eher. Wenn es gut geht. Aber... Also, ich spiele PDW und wenn die Gegner mich aufregen, LMG. Scheiße, ich wollte eigentlich noch ändern, aber naja. Jetzt muss ich Glück haben. Oh, fuck. Jetzt gehst du aber ganz high, oder? Ne. Aber Loads da auf Nuketown ist nicht einfach. Ist es wirklich nicht. So, PDW und wenn die Gegner mich aufregen, LMG. Passt. Also, los geht's. Loads, da geht's. Penner. Wieder von zwei Seiten. Wieder von zwei Seiten. Also, die Gegner reden sich jetzt schon auf, ich bin jetzt LMG. Ich mach's wie vorhin. Spremien Ast. Achso. Geht nicht. Hab ich vergessen, es geht natürlich nicht. Nein. Hat nur vorhin funktioniert. Noll. Ich spremien Ast. Wo sind die Gegner? Einer kämpft oben. Hab ihn. Mit einem schönen Volltreffer. An 91. Abschluss bestätigt. Ich dachte, es heißt 94, oder? Ja. Oh Gott, dieses Aim. Ich hab ein Assist bekommen. Doppelhiss jetzt sogar. Boah. Oh Scheiße. Ah, Mann, wo, wo, wo? Oh, das ist gut. Komm. Nein. Oh, Alter, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ne. Mach ich nicht mit? Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Aber nicht mehr lang, aber nicht mehr lang. Hä, wo ist der hin? Lol. Wo ist der hin? Wo? Lol. Lol. Wie alt da in der Ecke kämpft? Süß. Fack Team. Ja, ne. Fack Team. Ihr Fack Camper. Tut mir leid. Ich bin jetzt endlich mal in nem Rausch. Ich hab ein Dröhnchen. Bitteschön. Danke. Das hilft mir gerade. Lol. Ja, ey, wenn er, wenn er auf Range mit ner Cup 40 spielt, dann brauchen die Gegner sich nicht beschweren. Tut mir leid. Aber da hab ich null Mitleid. Ja, mit den Gegnern, selten Mitleid. Lol. Wieso ist der weg? Wo ist der? Oh, da sind die Gegner. Wirkt die Drohne nicht mehr. Shit. Egal. Schade. Gib mir deine Marke, Baby. Wohle, Handynummer. Oh, Scheiße. Wobei du von Soldaten, von anderen glaub ich, nicht unbedingt ne Handynummer haben willst. Lol, Penner. Da ist der Wieset und ich bin tot. Adam. Hässlich. Lol. Ah, da ist die Gegner. Lol. Nein. Nein. Verdammt. So, spiel ich jetzt nicht mal LMG? Ähm. Fuck. Das gibt's doch nicht. Auf der Map irgendwie LMG ist ein bisschen schlecht. Da musst du campen. Hä? Wie konnte ich da nicht meinen Hitmarker kriegen? Camp halt noch hässlicher, ihr Bier. Chase. Oida, bei uns spielt einer Remington. Nice. Lol. Ist ja ein Gegner. Da fuck. Ist ja einer nicht Remington. OMG. Meiner. Da hinten, wo, wo camp der Wichser? Ganz hinten im Spawn camp einer bei dir. Oida. Like a boss. Lol. Äh. Öff. Ein Puff. Zu viele Gegner. Ey, sie campen alle. Sie campen einfach alle. Es bewegt sich keiner aus dem Gegnerteam. Niemand. Leute macht Hine. Lol. Und mein Teammate überlebt wieder. Der hat alle Zeit der Welt einen Remington aufzuheben. Und damit den Gegner zu töten, oder was? Es kann doch nicht sein, oder? Aber ich werd instant gekillt. Oder was? Unfair schlecht. Lol. Die haben einen oben. Ne. Den gönne ich Ihnen nicht. Auf Wiedersehen. Weg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf Wiedersehen. Hä? Durch was wird ich denn jetzt getötet? Achso. Mhm. One Hit. Ich spawn tot. Lol. Lol. Fuck. Ich hab immer so ein hässliches Visier. Ich spawn tot. Spawn trapping. Aber wir haben die Spawns gewechselt. Auf die Beine. Abschuss beständig. Lol. Da fuck. Wie weit kann sich denn bitte das drehen? Weit. Lol. Ein Hitmarker hätte mir wahrscheinlich noch gefehlt. Leute, ich hab ihm voll gefehlt. Da oben ist übrigens ne S-Mine, ne? Was? Wo? Da. Da. Ah, da ist auch ein Camper. Down übrigens ne? Oh, da. Jetzt haben... Ja! Spray away. I can win. Alter, bitte Leute. Mach hin, ey. Abschluss verlieren. Wir müssen das Ding schnell gewinnen oder schnell verlieren. Jetzt bin ich ein bisschen in Eile, denn... Die Aufnahme hat definitiv den Rahmen gesprengt. Weil meine Mutter war nämlich schon drin. Abschluss verlieren. Und hat gemeint, ja, wir würden jetzt essen. Das Essen wird praktisch, glaube ich, schon auf dem Tisch stehen. Und... Das ist gar nicht gut. Also Leute, mehr Kills schnell. Lol. Wird der mich denn bitte spielen wie die letzten Deppen? Ey. Ne. Alter! Warum müssen wir zum Schluss immer noch so ne Scheißrunde haben? Ja, schon ein bisschen schade, ne? Oh mein Gott, ey. Bist du ein Lappen. Noll! Alter, wie es mich verzieht, ey. So, jetzt reicht's. Hier. Nein! Verdammt. Lol, das Spiel deiner Werfer? Hä? Lol, das Geschütz tötet mich einfach durch die Wand. Ja. Warum ist der nicht von mir gestorben? Komm, komm, komm. Mach hinne. Hey, könnt ihr mal aufhören, wie die letzten Bitches zu spielen, ey? Ach, eins. Ja, schnell rein! Lol, EMP oder was? The fuck? Oh, die campen. Ach. Sag mir was Neues. Keine Ahnung, was neu für dich ist. Feindlicher Schwarm. The fuck. Jetzt geh ich ins Haus. Mach ich mit. Hä? Da oben ist einer gehockt. The fuck? Lol. Oida. Schnell rein. Nein. Hä? Ich hab in der Klasse. Lol. Hä? Er liegt mit LMG da. The fuck. Fein. Wir haben auch ein EMP. Alter, was geht denn in der Runde ab hier? Tag. Okay, Leute. Also, an dieser Stelle sag ich mal ganz schnell auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Und ja. Und auch tschüss an ich. Denn ich muss jetzt ganz schnell weg. Ja. Viel Spaß noch. Jo. Negativ. Und ich bin der Bel... Ich bin nahezu der Bel... Ich bin punktetechnisch der Beste. Okay. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.